Achtung! Salutieren! Wer ist der Feind? Tor! Cases! Und was macht ihr, wenn ihr ihn bekommt? Kaul! Das ist tolle! Rechts! Schnappt ihn euch! Das ist der Fall! Das ist der Fall! Das ist der Fall! Und das meinen wir auch so! Einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, muss das sein, aber wir haben schon zugesagt! Auf jeden Fall! Ja! Diesmal in Hannover! Und zwar Veranstalter der Vorführung ist diesmal Milligörig in Hannover und da freuen wir uns besonders drauf! Und das findet statt! Unikino Hannover in der Leibniz-Universität Hannover! Die Anschrift ist Welfengarten 1 3067 Hannover und am Samstag den 12.3. Einlass ab 19 Uhr! Filmbeginn ab ca. 20 Uhr! Ja! Alles über Vorverkauf und Abendkasse könnt ihr euch bei den Brüdern hier telefonisch melden! Das steht jetzt hier unten drauf, wie man sieht! Und ja! Wir freuen uns, wenn ihr alle da hinkommen würdet, dass die letzte Vorführung, die Halle, sieht top aus! Sieht wirklich aus wie ein Kinosaal mit einer riesigen, gigantischen Leinwand, was es normalerweise bei Uni-Hörsälen nicht gibt! So! Ja! Das war's dann! Inshallah! Alle, die den Film sehen wollen und vielleicht einen kleinen Anreiz brauchen! Hier kommt ein ganz kurzer Film-Auschnitt, damit auch ein bisschen Schmackes da reinkommt! Was kann ich dafür, wenn du ihn nicht umbringen kannst? Hey Norbert, was ist los mit dir? Wasser! Was, Wasser? Warte ganz gut, Bruder! Warte! 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 Ulan! Ja! Der Veranstalter dieser Vorführung ist unser Bruder Hassan Ali und seine Brüder von dem Jugendbereich von Milli-Gölisch und Allah Rasusson! Möge Allah euch dafür reichlich belohnen! Für alle, die dachten Milli-Gölisch, beteiligt dich nicht an solchen Projekten, ist das inshallah ein schöner Denkzettel und eine Lektion! Und inshallah, inshallah, werden wir uns alle da kennen, ich erwarte euch inshallah, da und der Talha auch abholen, ja! Milli-Gölisch-Genel-Merkezine, Muslim-Media-Lerak, Cana Gönlöden, Teşekkür ederiz! Allah Rasusson! Ayrıca, genel başkan ve yardımcısına ve bütün yönetim konuluna buradan teşekkür etmek isteriz! Allah hepinizden razı olsun! Görüşmek ümidiyle! Selamu Aleykum! So, das war's dann, inshaallah, abone ol euch da! Assalamu Aleykum wa Rahmatullahi wa Berekatuhu! Muslim Media! Muslim Media! Muslim Media!